Es gibt so viele andere Gründe, so viele positive Gründe, warum ich hier verlängert habe. Das ist die Mannschaft, das ist das Vertrauensverhältnis zu Andreas, zu Oke. Das sind auch die Fans und das ist immer noch das Potenzial, was ich auch in der Mannschaft sehe, da noch viel herauszuholen. Und das sind alles sehr, sehr positive Gründe, warum ich dann noch hier geblieben bin. Es ist ein Statement, auf das ganz Hamburg gewartet hat. Zumindest der braun-weiße Teil. Der Cheftrainer des FC St. Pauli, Fabian Hürzler, bleibt an Bord. Was sich seit Tagen angedeutet hat, ist jetzt offiziell. Der Kiez-Club und der 31-Jährige haben sich auf eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrages geeinigt. Ich möchte mich aber zuallererst bei Oke und dem Präsidium, bei Andreas, dem Sportchef, für das Vertrauen bedanken und auch für die verlässliche Zusammenarbeit bisher. Ich glaube, dass die Gespräche immer sehr, sehr vertrauensvoll waren und sie hatten immer ein Tenor. Und das war immer den größtmöglichen Erfolg des Vereins zu garantieren. Und ich bin sehr froh, dass ich meinen Vertrag hier verlängert habe und freue mich extrem auf die weitere Zusammenarbeit. Lange zogen sich die Verhandlungen zwischen dem Verein und dem Cheftrainer in die Länge. Nun gibt es endlich Klarheit. Trotzdem kann es sein, dass Hürzler nach der Saison den Verein verlassen wird. Also klar ist, dass ich mich, und das werde ich weiterhin so immer auf die Gegenwart konzentrieren, weil Fußball ist einfach ein Tagesgeschäft. Das ist Fakt. Und ich kann das beeinflussen, was in der Gegenwart passiert. Und ich habe einen Vertrag unterschrieben, um bei St. Pauli zu bleiben. Und es ist ein klares Bekenntnis auch von meiner Seite. Und dementsprechend ist mir das auch wichtig, dass ich das betone. Trotzdem, wir wissen alle, wie das Geschäft funktioniert. Aber Stand jetzt ist einfach Fakt, dass ich meinen Vertrag verlängert habe. Die Vertragsverlängerung bringt Ruhe in den Verein, die gerade jetzt dringend gebraucht wird. Am Sonntag spielt der Kiez-Club seinen 25. Spieltag und startet damit in die heiße Phase der Saison. Zehn Spieltage bleiben den Hamburgern, um den Aufstieg mit Fabian Hürzler ins deutsche Oberhaus perfekt zu machen.